Auf dem Gelände der uckermärkischen Bühnen in Schwedt wurde am Samstag groß gefeiert. Denn die Wohnungsbaugenossenschaft der Oderstadt wurde 60 Jahre alt. Zu diesem Jubiläum wurden alle Mieter und Mitglieder zu einem bunten Fest unter dem Titel Diamant umgeladen. Ein Fest für alle Generationen. Rund ein Viertel aller Schweder leben zurzeit in einer der 4.500 Wohnungen der Woback. In sechs Jahrzehnten hat die Genossenschaft eine wechselhafte Geschichte durchgemacht. Doch die großen Probleme nach der Wende sind mittlerweile überwunden. Klar sind wir stolz. Das sind sechs Jahrzehnte. Inzwischen wohnt die vierte Generation in der Genossenschaft. Es ist viel geschaffen worden. Wir haben natürlich auch nach der Wende das Problem gehabt mit Leerstand und Rückbau. Also Stadtumbau, den leben wir gerade seit zwei Jahrzehnten. Also das heißt, wir werden kleiner, wir werden feiner. Wir modernisieren für unsere Mitglieder, stellen uns in demografischen Aufgaben und sind für unsere Leute einfach da. Dass das Konzept aufzugehen scheint, zeigt sich an der Zufriedenheit der Mieter. Und wie gefällt Ihnen das Wohnen bei der Woback? Gut, super. Unser Block wurde saniert, große Balkons. Besser kann es uns nicht gehen. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis? Alles okay. Wir können nicht klagen. Die sind auch, die sind noch ein bisschen länger. Wir sind schon 60 Jahre in Woback. Wir haben nur mal 73 hier gehabt. Noch nie Probleme gehabt irgendwie? Noch nie Probleme. Mit den Handwerkern nicht. Die kennen wir alle, aber noch nie Probleme mehr. Bestimmt. Wenn was ist, die kommen sofort, wenn man Handwerker braucht. Also kein Problem. Bis jetzt noch nicht. Weiter so. Auf dem Fest herrschte den ganzen Nachmittag eine ausgelassene Stimmung. Vor allem die Kinder tobten sich bei den zahlreich angebotenen Attraktionen richtig aus. Doch auch auf der Bühne wurde den Gästen einiges geboten. So unterhielt Zauberer Felix Wohlfahrt jung und alt mit seinen magischen Zaubertricks. Dreht euch mal nach vorne. Denn wenn wir alles richtig gemacht haben, haben wir jetzt tatsächlich eure beiden Kostüme verwandelt in ein richtig echtes... Kommt mal zu mir. Kommt noch mal ran. Schaut euch, kommt noch mal ran. Hier ein richtig echtes Brautspaar. Und das ist euer Applaus. Schaut mal. Das ist doch richtig toll. Den Älteren heizte danach Dan-Helene-Fischer-Dubel-Rikarda-Ulm ordentlich ein. Für die Wobag war es nicht das erste Fest, das sie für die Schwede auf die Beine gestellt hat. Seit etlichen Jahren organisiert die Genossenschaft viele Veranstaltungen. Wir wollen auch das Stadtleben fördern. Das gehört auch mit zum Wohnen. Also ich sage mal, die schönste Wohnung nützt nicht, wenn es drumherum ist. Das gehört auch ein bisschen Engagement in allen Richtungen. Das tun wir. Das tun wir seit vielen Jahren. Das macht uns auch Spaß. Spaß hatten auch die rund 2000 Gäste, die auf das Gelände strömten. Sehr spannend, sehr unterhaltsam. Vor allem für die Kinder und für die Erwachsenen natürlich auf der Bühne mit dem T-Shirt, dem Wettbewerb und alles. Das ist richtig toll. Also mir gefällt es. Es wurde in der Werbung angekündigt, dass hier so alles passiert. Und das will man sich mal antun und angucken. Und ich bin begeistert. Was gefällt Ihnen am meisten? Am meisten gefällt mir eigentlich, was für die Kinder hier alles so unternommen wird. Finde ich ganz toll. Die nächste große Geburtstagsfeier soll dann in fünf Jahren starten.